Wir konnten jetzt Japan, ja, das ist unsere billige Japanreise. Das ist unsere billige Japanreise, okay. Fotomare! Fotomare! Wer kippt der Reporter mit dem Smartphone? Japan, Japan, immer gut in Japan! In den Zug, kommen alle rein, kommen alle rein in den Zug! Okay, warte, ich möchte mir noch den Zug ansehen. Hallo, Japan, ich du lest, ich du lest! Okay, ne, der fährt noch nicht los. Okay, ich drück den Knopf. Wir fahren so. Geh mal raus. Geh mal raus, Fabian. Nee. Geh mal raus aus dem Zug. Ja, geh raus. Oh, ich bin in meiner Zelle gelandet. Ich hab ein Bierkritt oder so. Wirklich? Ja, so ein Getränk. Ich hab keine Ahnung. Hey, was ist denn der Timer da? Was ist denn der Timer da? Äh, ich glaub, dann kommen wir an der Station an. Okay. Hallo! Komm mal, ich mache Wette, Wette, komm, Wette. Okay, wir haben drei Minuten jetzt, bevor mir was passiert. Ich bitte auf eins. Oh, sechs, okay. Ne, zwei. Zwei, okay. Okay, wer zuerst eins hat, hat gewonnen. Oh, scheiße, ich hab's direkt eingesammelt. Fuck. Okay, warte, ich mein aber. Zwei. Man kann's auch über drei. Drei Würfel auf einem. Ich will die Eins. Ich hab drei. Ist das ne Eins? Ich hab nen Kniffel. Ja, ist es. Ja, ist es. Ja, ist es. Ich hab nen Kniffel gehabt, ja. Ich hab dreimal ne Zwei bekommen. Ja, ist klar. Wo ist denn Fabian denn aus? Der fress dich bestimmt voll, ey. Foto mache! Foto mache! Foto mache! Foto! 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 Wo ist Fabian? Fabian, Foto mache! Nur ein bisschen Sake. Aber hier ist doch gar nen Fabian. Gell. Schöne Spaß. Wo wischen Fabian, ist mal ehrlich. Messe schnitt, Alter. Er hat so viel Bier. Saufen! Wie groß ist der Zug? Ah! Und Tenchi. Ist das Fabian? Nein. Und ich kann ja auch meins gehen, oder? Oh! Oh! Wir sind in Japan! Foto mache! Foto mache! Massage! 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 Und Fotos! Foto und Massage! Alles für Likes! Alles für Likes! Alles für Likes! Nein, wir haben ein Bogutu bekommen. Waaah! Haben selbst ein Glück auf das Abgang ist, deswegen eigentlich gar nicht. Hä? Was fällt so ab? Man kann sich doch Ninja-Stern hole! Alter, guck mal, hier kannst du... Hier ist ein Ausblick über die ganze Stadt. Guck mal. Alter, hier oben ist ein Aussichtspunkt. Alter, hier gibt's sogar entfernt. Alter, Alter! Schau dir mal die ganze Stadt an. Guck mal diese Aussicht an! Interessant, Alter. Oh, ja. Alter, Alter, die Dislikes. Ja, warum wohl nur wegen euch hier? Ey, der Ort ist Scheißhof. Wo kommen wir doch komische Japaner? Bei Pizzayasan? Das ist Pizzayasan! Das ist ein Jump-Run. Da geht's wieder alles. Came the Castle. Hakeshis Castle, Alter! Chiro Nikita. Was ist denn das da oben? Warte, schmeiß mal Shuriken dran. Hm, looks different from singing and endest. Alter, what the fuck! Jesus! Pizzayasan! Wo kommt man denn da hoch? Ah! Ah! Guck mal, hier ist eine Kiste. Die müssen wir irgendwo hinbewerden. Wahrscheinlich nicht in die Richtung. Aber die... Doch, hier. Die muss... Ah, ja. Die muss halt wirklich da hin. Aber die muss nicht hier! Ich... Bitte doch einmal, wenn die was schreiert. Aber das muss nicht hier! Wie kriegt denn diese Scheißkiste da hin? Jetzt mach die da einfach rein! Fabian, mach das, wow! Du bist denn... Du schieb, aber... Ja, dann... Mach die Scheiß-Tier auf! Ich will erst rein! Mach die Tier auf! Ey, du Fettpflege! Oh, du Tocke! Mach's jetzt so schwer! Ja, mach die Kiste kaputt halt! Das Problem ist, weißt du was? Ich bin als erstes da oben! Hihihihihi! Oh mein Gott! Soll ich das machen? Nee, ich glaub besser ist... Besser ist... Nein! Jetzt wird sich wieder die Spreu vermeiden. Oh Gott! Ja, das ist eigentlich... Ich glaube, das spielt eigentlich so was Gutes, aber... Wir machen doch'n Jump'n'Run! Oh ja! Digga, das funktioniert! Du musst mit Anlauf da hoch... ...gehen, doch! Ich schaff das nicht! Ich bin ganz oben! Ich bin der König! Oh nein, warte, es geht noch höher! Ich bin fast der König! Jaaaa! Ich bin ganz oben! Oh mein Ball! Alter, ist die Aufsicht geil! Great View! Oh nein! Ja, man musste das machen! Gott sei Dank, gehts jetzt weiter! Alter, hat dir ein Glück, wenn ich da hochgeskillt bin dabei! Warte, fand der Ball! Wir hatten das ausgesehen! Der ist irgendwie die andere Seite vom Dach... ...weggeschlagen! ...weggeschlagen! Jaaaa! 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 So kann das sein! Äh... Würfelspiele? Die Hand sagt quasi... F! Ne! Ich hab hier nicht, du Stuck! F! F? Hahahaha! 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 Wenn du das auch... Wenn du das hier auf... Jetzt sagt der auch! Hahahaha! Hahahaha! Alter, ich kann nicht... Hahahaha! Hahahaha! Du bist so ein Wichser! Welche das? Hahahaha! Hast du das... Nimmst du auf grad? Gehs mal ehrlich! Hahahaha! 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 Ihr seid zwei! Noch eins! Dann warte mal! Wir haben nicht schon endlich Zeit hier! Hahahaha! 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 Fabian, brauchst du etwa diesen Block hier! Wär zu schade, wenn du den hier nicht rausbekommen würdest! Eeeh, voll schade! Hahahaha! Warte, wenn ich ne 6... Der hat mich ne Fertf hat auf die Halbclub gewichst! Wenn ich ne 6 würfel dann höre ich auf! Tja, leider nur ne 4! Was ist das tun? Fußball! Tja, wieder zurück mit dem Ding würde ich sagen! So, warte! Was ist denn mein Video, Alter? Der kriegt sein Ding hier nicht raus, keine Ahnung wieso! Vor allem, denn du bist so inkompetent! Ich brauche meinen Würfel wieder Papiss dich doch jetzt mal Ach Fabian, es ist eine 6 geworden Aber ich muss die auch schon schmeißen Alter, die Gerätung Das ist ein YouTube-Video Diese Low-Poly-Scream-Shots Hat er denn das nicht dieses Jahr gemacht Ja, 2018, 2019 stand er Alter, ihr dreckig Das zählt die ganze Zeit Die ganze Zeit, egal was man mache Was denn? Wenn man jetzt ein Dislike mache, dann fließt das mit dieser Bewertung ein Egal wo man sind Und im Endeffekt ist wahrscheinlich Geht das Secret auf oder so Wenn man 1000 Likes hat Oh Oh Gott, sie ist Dignified Shrine Okay, warte, was ist das Geld erst mal drin? Okay, let's throw money in the box and worship In welche box? Einfach alles Geld da rein Repair a lot of coins for this day Okay Ja, ich weiß schon Hallo Oh Muss man das einfach nur in die Nähe schieben oder was? Oder wirklich da hoch? Oh Gott Hm, das ist so viel Egal, da Let's start with it Lass uns einfach Die Rei hier mache, ja Und Fabian macht recht Ne, dann dauert es noch länger Wer weiß, wie lange der weg ist Der Fall ist weg Fabian ist wieder gespawnt Fabian ist wieder gespawnt Oh nein, die Pro Alter WTF Ist sogar ein Boss gespawnt Der Gott appeart Der Gott ist erschienen Der kämpft mit uns Der Gott Der Gott Der Gott ist erschienen Der Gott ist erschienen Ich habe gedacht Gott sieht mehr aus wie ein menschliches Wesen Und nicht wie ein Lieben Eie 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 Tentacle Eie ist in die Zukunft Das ist jetzt in der Bank gewesen Als Maulorfenster Du musst so viel Renner machen, Alter Tiefs were punished Alter, was war das für ein Scheiß, also wirklich so ein Schrecklichste Das war aus Dingens Alter Moment, komm mal her, hier, komm mal mit, komm mal hier ist unser Zug, warte, komm mal mit Komm mal hier ist unser Zug, der fährt doch lang Ey, was, das ist auch ein Smartschaum-Moment Hinten am Schreien, hinten am Schreien, komm schnell, 24 Sekunden Kam, du musst mich enden Ja, ich bin dabei Ich muss ins Hauptmenü, da wo man auch rumlauft Oh, unser Zug ist doch gleich Okay, wir haben aber aufgeholt, ja Ich glaube, wenn man so viele Ninnenschatz gekillt hat Da bist du, jetzt kann ich auch zurückfallen Der End, was? Ja, das war's Das war der Endboss Vielleicht kommt noch ein Bonus raus Alter, okay Wir wurden ein bisschen gehasst Ja, ich hab eigentlich immer neusten, die ja tollen Die Dämonen sind immer noch eine Teleformatze, oder? Ja, ich hab mir deinen Score Minus 2300 Nun Bist du nicht? Ich hab mir das eine Frage Ich hab mir das ein bisschen Dass wir die Dämonen 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 Vielen Dank.